Riesenfrust, Riesenärger auf der einen, Riesenfreude auf der anderen Seite bei den Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe. Nach einem harten Kampf mit dem Tabellennachbarn aus Berlin gehen die Punkte nach Westfalen. Die Ausgangslage ließ ein enges Spiel erwarten, denn in der Tabelle trennen die punktgleichen Teams vor der Partie nur zwölf Treffer. Von Beginn an wirkt ein Team aber deutlich frischer und das sind die Gäste. Geschlagene sechs Minuten dauert es, bis die Spree-Füchse ihr erstes Tor erzielen. Blomberg agiert wesentlich effizienter und erhöht das eigene Trefferkonto kurz darauf durch Franziska Müller bereits auf vier Tore. Für Füchse-Coach Lars Melzer ein klares Zeichen, sein Team per Auszeit aufzuwecken. Doch von der spielerischen Leichtigkeit, mit der die Berlinerinnen vergangene Woche noch sensationell Leverkusen gewannen, ist auch anschließend nichts zu sehen. Fehler im Spielaufbau werden von Blomberg innerhalb von Sekunden bestraft. Die Langzeitverletzten Bianca Trumpf und Anna Blödorn müssen mit ansehen, wie ihr Team, bei dem heute auch Alexandra Swiridenko und Nathalie Augsburg fehlen, mit einem 10 zu 15 in die Pause geht. Das Verletzungspech will Lars Melzer als Ausrede aber nicht gelten lassen. Hilft alles nichts. Wie gesagt, können wir jetzt nicht als Ausrede gelten lassen. Es waren genug Möglichkeiten da. Und das, was wir uns vor allem von Anfang an vorgenommen haben, haben wir in der ersten Halbzeit nicht umgesetzt. Punkt. Zu Beginn der zweiten Hälfte wird der Rückstand zunächst noch größer. Lisa Bormann-Reis mit dem 20 zu 12 aus Gästesicht. Als alles nach einem Kantersieg ausschaut, beginnen die Spree-Füchse ihre Aufholjagd. Angeführt von Laura Steinbach, die in den zweiten 30 Minuten sechs Treffer erzielt, kämpfen sich die Hauptstädterinnen Tor um Tor wieder heran. Eine Minute vor Schluss kann Anna Eber sogar bis auf ein Tor verkürzen. Am Ende sind es aber die Paraden von Blombergs Torhüterin Isabel Roch, die Berlin die Punkte kosten. Egal, ob beim sieben Meter oder aus dem Spiel Roch findet immer eine Hand an den Ball. Meine Torwartkollegin, die ist ja auch verletzt oder ist auch krank, wie man es nennen möchte. Und ich weiß, die haben halt gerade nur mich und ich gebe dafür alles. Und jetzt hat es heute auch wieder rentiert. Nämlich in Form eines 30 zu 27 Auswärtssieges, der bei den Trainern verständlicherweise zu unterschiedlichen Resimus führt. Ja, in Leverkusen lief es von Anfang an. Es ist etwas leichter, das Spiel von vorne zu machen, als hier sofort im Hintertreffen zu sein. Plus eben das schnelle Gegenstoßspiel von Blomberg, die also wirklich jeden Fehler brutal bestrafen. Wir haben Berlin hinter uns gelassen, das war wichtig. Wir sind die jüngste Mannschaft der Liga mit 21 Jahren im Schnitt. Wir haben gute Ansätze, wir werden weiterarbeiten und wir werden den Klassenerhalt schaffen. Auf gleicher Mission geht es auch für die Aufsteiger aus Berlin weiter. Nächste Woche erwartet die Spreefüchse in Bietigheim eine ähnlich umkämpfte Partie. Dann aber hoffentlich wieder mit einem besseren Ausgang.